Hey, du bist dran. Hey, was geht ab? Endlich ein richtiger Gegner. Zeig, was du kannst. Bleib beim Fahren. Jo, Mann, alles okay? Welcher war's, Mann? War's der 277, ja? Du wusstest doch nicht mal, dass das Madness' Lieblingswagen ist. Jo, was ist dein Problem, Junge? Madness spediert dem Kerl eine Fahrt in seinem 911er. Wo hat er eigentlich deine Nummer her, ha? Hey, stimmt das? Was hast du getan? Ich hab sie ihm gegeben. Entspann dich. Entspann? Ja. Entspann, das war meine Fahrt, sie gehört mir! Mike, hör auf damit. Ja? Chill mal. Komm schon, wir stehen auf deiner Seite. Travis gibt dir einen Schubs damit, was bei dir geht. Ich brauche keine Hilfe. Und unser neuer hier sandt jetzt alles ab, ja? Was? Hey, komm her, komm her. Weißt du was? Das ist, was du wolltest. Magnus hat dich auf dem Radar. Sieht er einen von uns, sieht er uns alle. Wir stecken alle mit drin. Alles klar? Ja. Okay. Alles cool. Ja. Tut mir leid, Mann. Ich will das so sehr. Weißt du? Alles gut? Hauen wir ab und ziehen's durch, Mann. Yeah. Yeah. Du machst irgendwas verdammt richtig. Du machst irgendwas verdammt richtig.